So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon Go, eine kleine Infofolge. Ihr habt sie tagesicherlich mitbekommen, am 1. September wurde nämlich schon die News veröffentlicht für das Psychospektakel. Ich war leider ein paar Tage weg, jetzt bin ich aber zurück, denn heute möchte ich auch streamen. Das heißt, ich nehme jetzt fix noch vor dem Stream dieses Video auf, was ich nach dem Stream, wir machen wieder Dioxys Rates für Zuschauer, die Verteidigungsformen, dafür habt ihr abgestimmt, aber ihr könnt auch reinkommen, wenn ihr noch andere Rates braucht. Werden wir mal gucken, dass wir euch alle irgendwie unterkriegen. Und ja, das nächste Event steht an, das Psychospektakel. Ihr wisst ja ungefähr schon, um was es geht, ich möchte natürlich auch nochmal meine Meinung dazu sagen oder das nochmal vorstellen, für die Leute, die das jetzt noch nicht mitgekriegt haben. Das Psychospektakel ist zurück, wir sehen hier schon ein Megasimsala und ich muss sagen, Megasimsala sieht mega genial aus. Ich glaube, das ist bis jetzt wirklich das coolste Mega-Pokémon, was wir im Spiel haben. Ich bin so gespannt, auch wie das aussieht in seiner Animation. Es hat ja hier diese schwebenden Löffel über sich, die ja über ihm schweben, die da fliegen, wie das gemacht ist, wie billig das aussieht oder wie gut das gemacht ist. Der Bart, die Haare, wenn das rumfliegt, dann unten die Beine so verknotet, die Beine sehen aus wie Hände und dann schwebt das in der Luft. Ist das dann so ein richtig fettes Teil? Da schrumbelt er so zusammen und sieht eigentlich aus total, uh, ich schweb da, so ganz klein. Ich bin immer gespannt, weil so wie es auf Bildern wirkt, ist es ja im Spiel meistens nicht. Manchmal sieht es im Spiel richtig komisch aus oder es sieht im Spiel richtig genial aus. Trainer, wenn euer Gedächtnis so gut ist wie das von Simsala, erinnert ihr euch bestimmt an unser letztes Event rund um Psycho-Pokémon. Wir haben gute Neuigkeiten. Genau dieses Event, das Psycho-Spektakel, kehrt bald zurück. Bei diesem Event gibt es Mega-Simsala in Raids und das mysteriöse Pokémon Deoxys erscheinen in Raid-Kämpfen. Deoxys erscheint ja jetzt schon die ganze Zeit in Raid-Kämpfen, wie gesagt, ich finde es ja okay, dass man Dinge immer wieder mal zurückbringt, auch die, die shiny sein können, für die Leute, die das noch nicht als shiny haben und da gibt es viele. Ich finde es aber immer Mist, wenn sie, wie bei Deoxys, vier Formen gleichzeitig in den Raid bringen. Der Fünfer geht irgendwo auf, wird angekündigt, keiner weiß, welche Form drin ist, jeder braucht eine andere Form und dann, wenn es aufgeht, plötzlich brauche ich nicht, zack und einer steht alleine da. Gut, Angriffsform kann man ja eigentlich solo ganz gut machen. Die schwerste Form ist wohl die Verteidigungsform, der ich jetzt mit Lennart und Genaya zu dritt. Und mal probiere, die ging trotzdem eigentlich ganz gut für die Verhältnisse, deswegen würde ich sagen, nichts ist unmöglich, aber die Oxys machen wir halt jetzt am Wochenende einmal, vielleicht nächstes Wochenende nochmal oder so, keine Ahnung, solange das drin ist. Aber ansonsten werde ich mich am Dienstag zum Beispiel direkt auf Mega SimSala konzentrieren, wenn das reinkommt. Das Ganze fängt nämlich an, nächste Woche Dienstag um 10 Uhr und geht gefühlt eine Woche bis Montag. Das haben sie doch schon wieder falsch hier. Von Dienstag, den 6. September, 10 Uhr, bis Montag, den 12. Dezember, 20 Uhr. Ist das aufgefallen? Bis 12. Dezember, so ein Quatsch. Das ist natürlich von 6. September bis 12. September, nicht Dezember. Der 5er ist ja immer noch gleich, das ist auch gut so. Das heißt, ich werde versuchen, am Dienstag nämlich ab 11 Uhr, wenn der Mega gewechselt ist, einen Community Raid machen mit Mega SimSala, mit Video live vor Ort und abends ab 18 Uhr diesmal nicht die Spotlightstunde zu streamen, sondern Mega SimSala Raids. Ich hätte theoretisch Zeit, 18 bis 23 Uhr. Also jeder, der Mega Energie braucht, könnte am Dienstag dann mitmachen, wenn ihr sonst keine Möglichkeiten habt, Raids zu machen oder die, die einen Pokédex-Eintrag noch brauchen. Auch dieses Pokémon müsste, weil es ein Mega Raid ist, dann nach dem Fangen als Shiny möglich sein. Bisher war jeder Mega Raid, der fangbar war, Shiny möglich. Ich sag's immer wieder dazu, Leute machen jetzt zum Beispiel Despot-A-Raids in Stufe 3. Das kann nicht Shiny sein. Macht ihr aber Mega Despot-A-Raids irgendwann, kann das Shiny sein. SimSala hat ja auch, ist ein C-Day-Pokémon. Er bekommt hier wieder seine Superattacke Psychokinese. Und, also wer da auch das Shiny braucht, kann das gerne mitnehmen. Ich werde auch gucken. Ich hab ja, man hat ja zweitägliche Raid-Pässe jetzt jeden Tag. Dass ich vielleicht von Dioxys ein bisschen abkomme. Meine zweitäglichen Raid-Pässe dann ein bisschen für Mega SimSala mache. Denn, ich muss ja wieder ein männliches entwickeln, ein weibliches entwickeln. Muss ich gucken, dass ein Hunderter ich entwickle. Und dass ich ein Shiny entwickle. Und die dann immer so gegenentwickele. Deswegen, ich bin richtig gehypt auf Mega SimSala. Ich habe alle Mega-Pokémon, die es bisher gibt, 100% Level 50 gezogen. Außer Xerox und Kangama. Da fehlen noch XL-Bombombs. Alle habe ich zu Best Buddy gemacht, aber schon mal. Und alle sind auf Mega-Level Stufe 3. Bis auf Xerox. Weil Xerox jetzt erst vor kurzem reinkam. Das heißt, ich bin fast up-to-date. Und werde dann auch versuchen, täglich ein Mega SimSala zu entwickeln. Dass das eben immer wieder geboostet ist. Und auch sobald wie möglich Stufe 3 erreicht. Wozu man also 30 Tage braucht. Nach 30 Tagen müsste es dann auf Stufe 3 sein. Habe ich auch nie verstanden, wieso Leute letztens gesagt haben, sie haben schon alle auf Stufe 3. Da wurde Mega-Xerox eingeführt. Zwei Tage später. Ich habe alle jetzt auf Stufe 3. Gibt keinen Sinn. Haben die Leute wieder nicht nachgedacht. Das Hirn nicht eingeschalten. Aber so ist es halt. Ansonsten gibt es natürlich auch wilde Pokémon in dem Event. Welche wilden Pokémon wird es geben? Abra. Also, ihr müsst keine Mega SimSala Raids machen, wenn ihr nur das Shiny wollt. Ihr könnt auch Abra in der Wildnis fangen. Könnt das dann durchentwickeln. Dann habt ihr das. Abra. Fleckmon. Traumado. Natu. Trassla. Spoink. Somniam. Flecknoil. Molimorba. Monozyto. Pygraulon. Somniam ist, glaube ich, auch am Dienstag die Spotlight-Stunde. Könnt ihr aber auch während des ganzen Eventes theoretisch wild fangen. Ist das neueste Shiny, was wir bis dahin hatten. Aber Pygraulon gibt sein Debüt als Shiny. Kann da auch erstmals als Shiny gefangen werden. Molimorba. Monozyto. Die einzigen zwei hier aufgelistet, die nicht Shiny sein können. Und mit etwas Glück könnt ihr auch Kadabra. Kirlia begegnen. Die können aber beide nicht Shiny sein, weil es Weiterentwicklungen sind. Also manche Weiterentwicklungen gibt es als Shiny. Manche gibt es wieder nicht. Pisa Floor zum Beispiel kann Shiny sein in der Wildnis. Ein Kadabra kann es nicht sein. Also man muss die Logik nicht verstehen. Abra ist auf jeden Fall ein interessantes Pokémon. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur... Vielleicht fangt ihr ein gutes, sammelt ein paar Bonbons. Und entwickelt ein Gefangenes, was nicht aus dem Raid ist. Ihr könnt ja den Mega Simsaler Raid wirklich nur nutzen, um Mega Energie zu sammeln. Könnt aber eine Wildnis Bonbons sammeln und eins mit gutem IV. Das ist also interessant. Um das gleiche mit durchzuentwickeln. Sich ein gutes Exemplar zu sichern. Traumado. Hypno. Für viele interessant. Natürlich auch für die Go-Kampf-Liga. Trassler. Mega interessant. Kriegt ja auch eine Mega-Entwicklung. Ist auch ein gutes Psycho-Pokémon. Oder Galakladi da auch mit Kampf dabei. Ansonsten ist der Rest eigentlich eher uninteressant. Mein Hauptaugenmerk wird natürlich wieder drauf liegen, für Graulon als Shiny zu bekommen. Und... Weiß ich nicht. Monozyto-Bonbons zu farmen zum Beispiel. Vielleicht mal ein 100% Level 50er Monozyto heranzuzüchten. Raid-Kämpfe. Hier ist auch strittig. Die folgenden Pokémon erscheinen in Raid-Kämpfe. E-Cognito E, P, S und Psy-Yau. Psy-Yau als Shiny gibt es ja schon länger. Drei E-Cognito-Buchstaben. E, P, S. Hier ist aber kein Shiny-Symbol dran. Ich glaube nicht, dass sie das vergessen haben, dran zu malen. Ich denke einfach mal, die gibt es nicht als Shiny. Und das wird wieder das nächste Ding sein. Ich habe schon Kommentare gelesen von Leuten, die gesagt haben, ah, da kann ich ja gleich vier Pokémon in einer Raid als Shiny jagen. Richtig genial. Die fehlen mir nämlich noch. Lasst es bitte sein, wenn nicht direkt am Event-Tag noch bekannt ist, dass die doch Shiny sein können. Über eine extra Nachricht geht bitte davon aus, dass die nicht Shiny sein können. Safari-Zone, Shinies. Go-Feste, Shinies. Aber außerhalb von normalen Events sind die ja eigentlich nicht Shiny. Nur weil es bei der Safari-Zone ein Shiny-S gibt, könnt ihr danach das S nicht mehr als Schilland antreffen in freier Natur. In Raids war das eigentlich immer was anderes. Sie haben ja beim Hyper-Bonus immer einen Buchstaben speziell in den Raid gepackt, dass du den Shiny handen kannst. Hier gehe ich davon aus, die sind nicht Shiny, können nicht Shiny sein, was total gemein ist, weil das P ist auch das Neueste, was dabei ist und was bestimmt vielen Leuten fehlt, die auf die Shinies gehen. Ich finde also in einer Raid an sich nichts interessant. Wer noch Shiny-Psy-Yau braucht, könnte sich da reinhängen. Raid-Kämpfe Stufe 3. Alola Raichu, wer da immer noch nichts hat. Wohin genau? Setzt man gerne in die Arena. Girafarig, okay, Kommandutan, finde ich jetzt alle nicht so interessant. Alola Raichu, gut, der ist schon ewig. Wer noch kein Shiny hat, eine gute Wahl. Hier so, Psy-Yau. Ich mache mega Sim-Sala-Raids, da weiß ich schon Bescheid. Und Raid-Kämpfe der Stufe 5 natürlich. Die Oxys in allen seinen Vorarmen. Alle können Shiny sein. Am Anfang wurde das ja kurz irgendwie vermehrt, dass das eine Zeit lang nicht als Shiny drin war. Ein paar Stunden und abends wurde das wieder gefixt. Also Neyendik schafft es immer wieder, uns irgendwie zu triggern. Gleichzeitig gibt es am Sonntag, also nächste Woche Sonntag, am 11. September, einen Raid-Day mit die Oxys. Von 14 bis 17 Uhr. Da weiß ich gar nicht. Ich werde ja trotzdem Raids für Zuschauer machen mit die Oxys. Auch nächste Woche Sonntag nochmal, glaube ich. Aber habe ich dann nur von 9 bis 15 Uhr Zeit. Danach könnt ihr also los und könnt am Raid-Day wohl vor Ort mit 5 reinen Raid-Passen oder sonst was. Ja, ihr erhaltet bis zu 5 zusätzliche kostenlose Raid-Passe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Problem, was ich hier wieder sehe, viele Leute sagen, okay, sie haben kein Problem, wenn jemand einen Raid macht, mitzumachen. Aber es postet keiner einen Raid. Und andere Leute haben einen Raid, wissen aber nicht, wie sie Leute kriegen, die bei ihren Raids mitmachen. Da empfehle ich wieder die Raid-Gruppe in der Beschreibung. Aber in der Raid-Gruppe, die Leute gehen in die Raid-Gruppe rein und keiner postet was. Ihr sollt ja eigentlich da rein, um dann einen Raid zu posten, den ihr habt. Macht gefühlt keiner. Oder wenn ihr seht, da ist einer eingetragen, schreibt euch ein und lasst euch einladen. Aber die meisten Leute wollen ja ihren Pass wegmachen. Wenn alle aber nur vor Ort raiden wollen, alle aus verschiedenen Städten kommen, dann lädt keiner keinen anderen ein und keiner nimmt eine Einladung an und alle stehen trotzdem wieder alleine. Ist halt irgendwie blöd. Das Spiel lebt halt trotzdem davon, dass ihr als Gruppe zusammen in eurer Stadt Freunde, Bekannte sich treffen und zusammen so einen Raid-Day meistern, rumziehen und was machen. Ich, weiß gar nicht, bei uns wird wahrscheinlich auch wieder nichts gehen. Ich könnte in der Hibo-Gruppe mal fragen, aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass da einfach nichts ist und nichts passiert und keiner irgendwo irgendwie was macht. Ich würde meine fünf freien Pässe entweder dann also für Angriff, Speedform oder die Normalform nutzen, da ich die Verteidigungsform schon in 100% auf Level 50 habe. Vielleicht kriege ich ja durch freie Pässe da nochmal einen Hunderter von den anderen. Außerdem habe ich auch die meisten Shinies von den anderen. Außer von Normal und Angriff, da habe ich die wenigsten, also würde sich das doppelt lohnen. 11. September, schreibt es euch also in Kalender, 14 bis 17 Uhr, Raid-Day. Im Rahmen des Psycho-Spec-Targets veranstalten wir einen Raid-Day zur Ehre des mysteriösen Pokémon-Dioxys. Alle Formen erscheinen in Stufe 5. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar. Am Raid-Day ist die Shiny-Rate meistens erhöht. Alle Formen häufiger in Raid-Kämpfen, 5-Reihe kostenlose Pässe, die Chance auf schillernde Dioxys ist erhöht. Also wenn ihr wirklich das Shiny sucht, nutzt die da an dem Raid-Day. Ich denke mal, ich kann euch wahrscheinlich nicht helfen. Sinnvoller wäre es, am Raid-Day die Raids zu hosten, dass die Leute eine höhere Chance haben. Aber ich glaube, ich muss euch da alleine lassen. Ihr kriegt das aber auch schon gut ohne mich hin, glaube ich. Oder auch nicht. Oder nutzt Pogo-Rate oder nutzt Pogo-Genie. Gibt es ja lauter so Apps auch, wo man raiden kann. Ah ja, folgende Pokémon aus 7 Kilometer-Eiern. Kling-Plim, Iso-Kusilla. Wer da noch was braucht oder Hunder da sammelt. Pokémon bei Feldforschung für Graulorn, Palim-Palim, Pupans. Mit Glück auch Hypno. Ja, das sind immer noch nicht alle Sachen. Palim-Palim, sehr cool. Shiny möglich natürlich, gibt viel Staub. Befristete Forschung. Eine befristete Forschung zu Curve-Ball-Würfen schließt die Forschung ab, um mehreren Pylgraulern zu begegnen. Und Go-Kampf-Liga-Jahreszeit des Lichts. Der Psycho-Cup findet statt. Während des Psycho-Events, der Psycho-Cup, wo ihr kein Mew nehmen dürft. Nur Pokémon mit maximal 1500 WP dürfen teilnehmen. Nur Psycho-Pokémon dürfen teilnehmen, aber kein Mew. Psycho-Cup ist wahrscheinlich nichts für mich. Da blicke ich gar nicht durch. Normale Super-Liga ist für mich schon schlimm. Feldforschung. Ja, Eier. Ja, brauche ich jetzt auch nicht so. Raids. Ja, habe ich ja schon gesagt. Für mich das einzige Interessante. Ich lasse mich in den Raid-Stunden einladen zu den drei Dioxys-Formen. Nicht der Verteidigungsform, aber den drei anderen. Und mit dem täglichen Pass werde ich wahrscheinlich dann immer Mega-Simsaller machen, um Mega-Energie zu holen. Ansonsten für Graulon, Shiny-Hand. Und ihr schreibt mal rein, was sind eure Ziele, worauf habt ihr Bock, was werdet ihr im Psycho-Event alles machen, was wollt ihr erreichen. Wir sehen uns gleich im Stream, beziehungsweise seht ihr das ja nach dem Stream. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich feier mega, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie es heißt. Ich feier mega, Simsalat, einfach mega genial. Peace out, Vorhaut.